Eine Kur mit Schüßlersalzen kann bei Erkältung helfen. Zuerst stelle ich eine einfache Kur vor und am Ende des Videos kommt eine erweiterte Variante. Die Salze Nummer 4, 5 und 10 haben mehrere Wirkungen, die eine Erkältung lindern. Das Salze Nummer 4, Kaliumchloratum, stärkt die erkrankten Schleimhäute und lindert Husten, Halsschmerzen und Schnupfen. Das Salze Nummer 5, Kaliumphosphoricum, hilft gegen Erschöpfung, lindert die Erkältungssymptome und stärkt das Immunsystem. Das Salze Nummer 10, Natriumsulfuricum, verringert Erkältungsbeschwerden, lindert Kopfschmerzen und hilft bei der Ausscheidung der Krankheitserreger. Und so führt man die Kur durch. Morgens und abends trinkt man ein Heißgetränk mit den Kursalzen. Diese Art der Anwendung ist besonders intensiv. Für das Heißgetränk werden von jedem Salz drei Tabletten in eine Tasse gegeben. Dann mit heißem Wasser übergießen. Mit einem Plastiklöffel kann man umrühren. Das Heißgetränk in kleinen Schlucken trinken. Mittags kann man wahlweise auch ein Heißgetränk trinken oder man lässt die 3x3 Tabletten im Munde zergehen. Die Erkältungskur wird durchgeführt, solange die Erkältung andauert und man sich noch schwach fühlt. Um möglichst schnell wieder gesund zu werden, sollten Sie so viel wie möglich schlafen. Sobald es Ihr Befinden zulässt, hilft ein täglicher Spaziergang in der frischen Luft, natürlich warm angezogen. Bei der erweiterten Erkältungskur werden die drei Entzündungsphasen und ihre jeweiligen Salze berücksichtigt. Von Tag 1 bis Tag 3 der Erkältung nimmt man das Salz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Von Tag 4 bis Tag 6 der Erkältung nimmt man das Salz Nummer 4, Kalium Chloratum. Ab Tag 7 nimmt man das Salz Nummer 6, Kalium Sulfuricum. Außerdem nimmt man, wie bei der einfachen Kur, an allen Tagen die Salze Nummer 5 und Nummer 10 ein. Gute Besserung!